Ostern bei Super RTL mit einer fantastischen Reise in die Welt der Träume. Mit diesem Schlüssel kannst du jede Tür öffnen. Eine Tür sollte für immer verschlossen bleiben, denn hinter ihr wohnt der Albtraumkönig. Eine mitreißende Geschichte aus dem Reich der Fantasie. Was für ein Traum. Unser Cartoon-Special Mittel-Nemo Abenteuer im Schlummerland. Karfreitag um 20.15 Uhr bei Super RTL. Der Karfreitagabend bei Super RTL. Um 20.15 Uhr startet Nemo in die Welt seiner Träume. Ein fantastisches Zeichentrick-Abenteuer. Und im Anschluss treiben die Animaniacs ihre Umgebung mit unbewässerlicher Heiterkeit an den Rand der Verzweiflung. Um 20.15 Uhr Mittel-Nemo Abenteuer im Schlummerland. Und im Anschluss die Animaniacs. Der Karfreitagabend bei Super RTL.